Um zu wissen, wo man hin möchte, muss man wissen, wo man herkommt. Gegenwart ist nur der Augenblick zwischen dem, was war und dem, was sein wird. Um mit der Zeit zu gehen, bedient sich die islamische Theologie der Wurzeln ihrer Tradition und erntet so im Hier und Jetzt die Früchte der Innovation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Assalamu alaikum, ich bin Smeda und studiere im fünften Semester islamische Theologie hier in Osnabrück. Hier am Institut haben wir eine sehr familiäre Atmosphäre, sowohl mit den Mitstudierenden als auch mit den Dozenten. Die Mitstudierenden sind ziemlich vielfältig. Man kann auch mit ihnen über alles diskutieren, über jede religiöse Situation und auch über jedes religiöse Thema. Warum hier in Osnabrück studieren? Wir haben ein tolles, cooles, gelbes Schloss. Wir haben eine wunderschöne Stadt und zum anderen haben wir das größte Institut deutschlandweit. Deswegen viel Spaß beim Bewerben.